Musik Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Bleul, ich bin der Geschäftsführer von der Freien Kunstakademie Gerlingen. Wir haben jetzt an diesem Wochenende zum Jahresausgang 2013 einen herrlichen Kurs mit Peter Feichter. Er ist ja unser Stammdozent, er gibt einmal im Monat einen Kurs bei uns. Ja, schaut euch hier mal um, was hier so abgeht, wie expressiv, exzessiv hier finsterisch gearbeitet wird. Und wenn ihr Interesse habt an den Kursen von Peter, sei gesagt, dass er auch nächstes Jahr einen Kurs im Monat gibt. Musik Ja, hallo, ich bin Friedhelm Wolfrath und bin das zweite Mal beim Peter Feichter und habe ein erfülltes Wochenende erlebt. Farbe fließt, Gefühle fließen. Das ist bei jedem Kurs so. Also, dass einer im Monat den Kurs von rechts macht. Das ist die Schätze. Weil wir müssen ja schon aufpassen, dass wir schon ein bisschen die Komposition einhalten. Musik Das sind natürlich zwei Vorteile. Das sagt man gleich wieder ab, können wir später weiterarbeiten und da ist schon wieder was passiert. Das ist jetzt ein Trix. Ich habe gesagt, ich zeige euch Trix. Das nennt man Lasiere. Musik Genau. Und kloppen. Komm, guckst mal, was jetzt passiert ist. So richtig, weißt du, das soll ja so haptisch wirken. So. Und dann nur keine Angst, man richtig reinwächst. Evolution, ne? Ja, da steht man da oben. Schau, da steht einer. Da kann man da schon ein bisschen spielen. So ein bisschen. Ja, schick. Ich bin der Gunter Landwehr. Zum ersten Mal habe ich den Peter Feichter im Jahr 2008 bei Bössner kennengelernt. Gleich hat mich seine Malerei begeistert. Die Dynamik, die Kraft, die Ausdrucksmöglichkeiten. Musik Es ist nicht nur Ausdruck, das gehört, sondern auch Harmonie, die er versucht in seinen Bildern darzustellen. Musik Musik Es ist nicht nur Ausdruck, das gehört, sondern auch in den letzten Jahren. Musik Musik Hi, ich bin die Beate. Ich komme aus Marburg. Ich bin jetzt schon beim Peter das zweite Mal. Es hat mir so gut gefallen, weil der Peter Farben mischt. Das ist ein Kunstwerk für sich. Musik An sich mit Worten kann man das sehr schwer ausdrücken. Musik Und am Peter mag ich die Art und Weise wie er arbeitet. Musik Mein Name ist Barbara Andres Schupp. Ich bin Malerin aus Bad Soden und ich bin zum ersten Mal hier auf dem Mal-Workshop in Gerlingen. Hier jetzt von Peter Feichter, den ich hier erst kennengelernt habe und ich bin total angetan von seiner Art, wie er uns das Malen beibringt. Musik Und ich bin ganz arg dankbar dem Peter, dass er uns so viel gezeigt hat. Er ist ein großartiger Künstler, der uns zeigen kann, wie man mit Emotionen und mit Farbe umgehen kann. Herzlichen Dank. Schaut mal rein. Es lohnt sich. Danke. Musik Er ist zwar ein Mann, der wenig Worte benutzt, aber wie er arbeitet, finde ich faszinierend. Musik Musik Ich muss mich das total unterstützen. Es hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Die ganze Gruppe hier ist total toll und es war eine klasse, entspannende Atmosphäre. Musik 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 Vielen Dank. War ein guter Kurs unter dem Motto, keine Angst vor Farbe. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Macht's gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020